Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Alex und herzlich willkommen bei Beats & Beats. Ich möchte heute mit euch über das Mixing und Mastering sprechen von dem Song Scusa von Gianni. Ich werde alles von A bis Z behandeln und zeigen, wie ich was gemacht habe, ohne irgendwas zu verstecken. Lasst uns am besten direkt loslegen. Im ersten Teil von dieser Produktion habe ich einfach gezeigt, wie habe ich das Ganze aufgenommen, welche Spuren haben wir dazu verwendet, Vocals, Ad-Libs und so weiter und so fort. Ja und heute möchte ich darüber sprechen, wie ich den Mix und das Master gemacht habe. Also als allererstes, was man verstehen muss, ist das sogenannte Leveling. Man geht da hin, macht den Beat an und fängt an, die Kick, die 808, das Snare von der Lautstärke anzupassen. Das Ganze instrumental fängt man dann genauso wie mit den Drums an, die langsam nach oben zu schieben, bis die Lautstärke passt. Ihr dürft am Ende bei dem Mastering Channel nie pieken. Also das heißt, ganz hinten dürft ihr nie übersteuern. Das bedeutet, der Beat muss so laut bzw. leise eingestellt sein, dass er nicht piekt. Und wenn ihr die Vocals mit dazu mischt, darf das natürlich auch beim Mastering nicht pieken. Also nicht über Null gehen. Das darf nicht in den roten Bereich gehen. Wenn ihr das gemacht habt, legt man in der Regel auf dem Mastering Kanal, also auf dem allerletzten Kanal, legt man auf jeden Fall einen Limiter. Bei mir ist es das Plugin Ozone. Hier gibt es einen Maximizer, einfach modern ausgewählt, Threshold, sodass ich ein bisschen geklippt habe. Im Grunde habe ich gar keine anderen Plugins geladen. Das bedeutet, das Leveling macht man einfach nur so, dass man die Lautstärke perfekt ausbalanciert, die Stereobreite nach links und nach rechts alles verteilt wurde, insofern es notwendig ist. Wenn man da dann das Ganze im Gesamtbild anhört, dann weiß man, okay, das muss mehr Bass haben, das muss mehr Tiefen haben und so weiter. Kann man wesentlich besser einschätzen. Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe erstmal das Leveling gemacht. Man markiert sich eine Stelle, wo so gut wie alles spielt. Und das ist in der Regel die Hook, die Drums, in Solo-Modus gestellt. So haben sich die Drums angehört, ohne irgendein Plugin. Ich muss an dieser Stelle auch direkt sagen, dass der Beatmaker schon sehr, sehr geile Arbeit geleistet hat. Er wusste ganz genau, was er macht, wie er was macht und so weiter und so fort. Was ich hier gemacht habe, ich bin einfach hingegangen und habe auf jeden Kanal, jeden einzelnen Kanal, habe ich einfach so ein Virtual Channel. Er nimmt so das Digitale weg. Dieses plastische, trockene, dieses ganz sterile. So ein Virtual Channel packe ich sowieso immer grundsätzlich mit drauf, weil das kann nicht schaden. Das hebt einfach ein bisschen mehr die Höhen an und ein bisschen mehr die Tiefen. So, das gibt ein bisschen eine gewisse Wärme, einen gewissen Body so untenrum. Untenrum. Das ist wirklich minimal, aber wenn man überall minimal draufhaut und am Ende hört man das extrem, dieses Minimale, ob das da ist oder nicht da ist. Das Ganze habe ich dann in eine Gruppe geroutet. So sieht es aus. In die Gruppe 1 das Ganze geroutet und gelevelt. So hört sich das erstmal ohne an. Mit. Also ohne. Mit. Ihr merkt, dass da untenrum ganz, ganz tief unten so ein gewisser Druck da ist. Gerade beim Bass, wenn die 808 kommt mit der Kick, merkt ihr das extrem, dass irgendwie so im hinteren Kopfbereich so ein bisschen wie so um Schlingen ist. Ich habe noch bei der 808 Farbfilter eingesetzt. Gerade bei 56 Hertz hatte ich das Gefühl, dass das übersteuert war. Das habe ich höchstwahrscheinlich gemerkt, als ich Master gemacht habe, dass es übersteuert war und habe danach den Equalizer draufgeschmissen. So, des Weiteren habe ich auf jeden Fall diesen Atmo-Bass bearbeitet. Zum einen mit so einem Saturator. Was macht dieses Plug-in? Es bringt auf jeden Fall Höhen rein. Das heißt, wenn ihr so einen Sub-Bass habt, der wirklich nur im Bassbereich spielt und gar keine Informationen groß in den Höhen hat, dann habt ihr ein Problem, das auf kleinen Lautsprechern sich anzuhören. Mit einem Farbfilter habe ich auf jeden Fall ein paar Frequenzen rausgenommen, weil die wohl gestört haben. Gerade in den Tiefen habe ich sehr, sehr viel mumpfige Sachen gehabt, die dann übersteuert haben. Diese Gruppe Kick 808 und diesen Atmosphären-Bass. Das Ganze habe ich mit einem SSL-Bass-Kompressor nochmal komprimiert, das alles nochmal so ein bisschen kompakter geworden ist. Und das klingt dann so. Circa bei 3 Dezibel-Kompression, nicht mehr. Man darf nie zu krass reinfahren, weil dann wirst du so einen Pumpen haben. Gerade im Bassbereich wirst du immer so ein Uff, Uff. Immer wenn die Bassdrum kommt, wird das auf jeden Fall so einen Pumpeffekt haben. Und das ist nicht so geil. Nicht immer. Es kann geil sein bei manchen Songs, wenn man das als Effekt einsetzen möchte. Aber wenn man das nur komprimieren möchte, wenn man nur daraus eine Einheit bilden möchte, dann reichen auf jeden Fall 3 Dezibel aus. Aus. So, das mit. Gerade in den Höhen. Und wenn da so knackig dieses Bamm, wenn die Bass reinkommt mit dem Bass, merkt man sofort, dass es wesentlich klarer ist. Also nicht mehr so mumpfig, so schwach, sondern das haut ordentlich rein. Joa, soviel dazu, zu diesem kleinen Abschnitt. So, kommen wir zu der Clap. Bei der Clap ist es so, ich habe hier genauso auch schon den Virtual Channel draufgeschmissen. Er gibt auch so ein bisschen mehr Wärme rein. Jetzt hören wir uns mal die Clap an. Sie ist relativ lasch und sehr spitz in den Höhen. Um das zu kontrollieren, setze ich so gut wie immer Clap und Hiets einen Kompressor, damit die knackiger werden. Wie stelle ich das Ganze an? Ratio, also volle Kanüle bei dem Kompressor. Attack zwischen 8 Millisekunden und maximal 12 Millisekunden. Wieso 8 und 12? Wenn ich das knackig haben möchte, dann müssen die Anfangstransienten durchgehen und danach muss erstmal der Kompressor einsetzen. Zwischen 8 und 12 Millisekunden. Wenn ich bei 12 Millisekunden habe, dann wird der Rattenschwanz von der Snare oder von der Hiat nicht mehr runterreguliert. Das heißt, das ganze Sample geht durch. Da braucht man auch den Kompressor nicht draufsetzen. So, hören wir uns das mal an. Das war ohne. Mit. Viel, viel knackiger. Meiner Meinung nach einer der Tipps, die einen Song von mir schon öfters gerettet haben, wenn es um die Knackigkeit geht. Weil die Hiats, wenn die zu lasch, die Hiats klingen, und wenn diesen eher zu, zu lasch daherkommt, dann habt ihr gar keine Power mehr in dem Song. Gehen wir mal weiter. Bei den Hiats habe ich tatsächlich nichts eingesetzt, weil die waren meiner Meinung nach knackig genug. Wenn es gut von sich aus klingt, dann muss man ja auch nichts verändern. Zum Schluss, Kick, Snare und die Hiats, Open Hiat in die Drums-Gruppe reingeroutet. Dort auf jeden Fall den Virtual Mix Bass nochmal mit draufgeschmissen. Er gibt als Gruppe auf jeden Fall nochmal den warmen Ton nochmal zusätzlich mit. Und natürlich darf nicht fehlen, ein Kompressor, SSL-Bus-Kompressor. Der macht das Ganze schön rund, kompakt und knackig. Hören wir uns das mal an. Ohne. Ist schon geil, ist schon sehr knackig, sehr kompakt, aber mit. Es wird nicht lauter, aber es wird knackiger. Mehr habe ich hier bei den Drums nicht gemacht. Danach bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, schauen wir uns mal die Instrumente an im Einzelnen. Wieder überall auf jedes Instrument, wo es drauf muss, habe ich Virtual Channel mit draufgeschmissen. Bei dem Sample, das ist ja ein Hauptelement von der ganzen Geschichte. Also so klingt das unbearbeitet alles. Mit. Auf die Streicher müsst ihr hören. Die Streicher, die bekommen untenrum auf jeden Fall so eine gewisse Wärme. Und mit. Dann habe ich natürlich noch ein paar fehlerhafte Frequenzen gefunden und habe die ausgemerzt. Wenn du die Vocals mit drauf packst und der Sample, der Hauptsample zu dumpf ist, dann hat man erstens auf den kleinen Lautsprechern nicht genügend Informationen für den gesamten Song und zweitens wird das dann so sein, dass der Sample untergehen wird. Dann haben wir hier ein Aha-Vogel. Habe ich ein bisschen Halt draufgeschmissen, war mir zu trocken. Und nachdem ich den Halt draufgeschmissen habe, gab es vorne und hinten zu viel Information irgendwie, was ich nicht haben wollte. Alles weggecuttet. Was haben wir jetzt hier auch noch? Piano. Beim Piano habe ich einfach als Ganzes hier ein bisschen was weggecuttet. Hat mir nicht so gefallen. Und dann wollte ich die Seiteninformationen von dem Piano einem Hall belegen, aber nur die Seiten. Ich wollte nichts auf die Mitten draufschmeißen, weil in der Mitte war genügend irgendwie Hall und alles andere. Und ich wollte das Ganze nur auf die Seiten draufschmeißen. Also habe ich einen Effektkanal gemacht. Da drauf ein Reverb mit 100% Mix und habe mit einem FAB-Filter komplett Monoinformationen weggenommen. Genau, so klingt das zusammen. Ohne diesen FX. Sehr trocken. Dann gab es noch diese Atmosphäre. Habe ich nicht viel gemacht. Habe ich auch nur Low Cut und High Cut gemacht. Und hier habe ich ein paar Samples hinzugefügt. Zum einen diesen Schrei. Weil es hat mir was gefehlt. Es hat mir als Ganzes was gefehlt. Und da habe ich ein Sample reingeschmissen und meinen eigenen Schrei. Mit einem Reverb auf jeden Fall und mit so einem Airbus, weil da war nicht genügend Kraft in meiner Stimme. So hat sich das ohne angehört. Zu krass im Vordergrund, zu trocken und wenig Information irgendwie unten in den Bessen. Ja, da bin ich hingegangen, habe nicht lange überlegt, den Airbus draufgeschmissen. Danach mit einem Farbfilter hier und da kleine Korrekturen vorgenommen. Und so klang das zum Schluss. Ja, als Gesamtbild passt es halt eben sehr gut. Natürlich auf dem Gruppenkanal habe ich hier auch wiederum diesen Virtual Mix Bus draufgeschmissen. Und auf der zweiten Gruppe. Ansonsten habe ich noch ein EQ draufgeschmissen. Hier hat es wahrscheinlich gedröhnt. Genau, da war die ganze Zeit dieses Dröhnen drauf. Hat mir nicht gefallen. Einfach mit einem Notch Filter. Zack. Komplett wegmachen. Hier war einfach zu spitz. Das hat dann angefangen hintenrum, wenn ich den Master eingestellt habe, hat es angefangen dann ziemlich, ziemlich große Schweinereien zu machen. Ansonsten habe ich auf diese Gruppenkanäle von Mixing Beat und Mastering Beat nicht wirklich viel draufgeschmissen. Und der Hintergrund ist folgender. Wenn du den Beat schon extrem komprimiert hast und alle Instrumente draufgepackt hast und so weiter und so fort. Und den bis zum Tod schon tot komprimierst und dann versuchst, die Vocals dazu zu mischen, werden die nicht mehr viel Platz haben. Weil die Kompressionen von ganzen Instrumenten und von allem, die werden das einfach schon so einen Kreis drum gebildet haben und die Vocals werden alleine stehen. Und wenn du das aber als Projekt hast, dann würde ich auf jeden Fall den Masterkanal vom Beat nicht überladen, damit du einfach zum Schluss dann die Vocals mit dem Beat und mit allem drum und dran, da packe ich die ganzen Kompressoren drauf, noch ein paar Elemente, die die Höhen und die Bässe anheben und so weiter und so fort. Weil als Ganzes ist es dann extrem geil. Dann werden auch die Vocals mit dem Beat zusammen zu einer Einheit zusammengeschweißt. So hört sich der Beat insgesamt an. So, zu den Vocals. Ich nehme bei den Vocals direkt mit so einem Channel Strip, würde ich mal sagen. Ihr seht, ich spreche jetzt selber rein und das wird automatisch mit komprimiert. Da kommen ein paar Höhen mit drauf, ein bisschen Bassbereich wird angehoben. Und auf jeden Fall schon vorkomprimiert minimal. Mit so einem Preamp wird ein bisschen mehr Gen reingeben, sodass du einen guten Peak hast. Das ist natürlich für den Künstler immer individuell und unterschiedlich. Das wäre jetzt Quatsch zu zeigen, wie bei Gianni die Einstellungen sind, weil das ist bei jedem individuell. Und das nehme ich schon direkt so auf. Das heißt, die Vocals, die kommen nicht trocken rein, sondern die werden direkt sehr nice aufgenommen. Dann musst du nicht mehr viel machen. Es kommt ein Farbfilter drauf, ein paar fehlerhafte Frequenzen waren dann doch da. Danach nehme ich auf jeden Fall den Kompressor und versuche so zwischen, ja sagen wir mal bei 5 Dezibel Gain Reduction. Mit der Attack nicht zu langsam. Das heißt, er muss die Transienten diesen Druck von der Stimme noch durchlassen. Und beim Release, das darf nicht so pumpen. Und so hört sich das dann an. So, dann kam die Robo-Stimme mit dazu. Das ist auch gleichzeitig mit Pitch so eine Art Auto-Tune, aber als Effekt halt so eine Roboter-Stimme. Dann habe ich hier einfach so einen Saturator noch draufgeschmissen. Hatte nicht so viele Höhen gehabt. Zu dumpf gewesen mit drauf. Wesentlich heller, irgendwie präsenter. Aber dann hatte ich natürlich, nachdem ich das gemacht habe, hier so eine Schweinerei gehabt. Ihr merkt selber, dass ich so viele Bänder eingesetzt habe und mit Notch gearbeitet habe, weil das war einfach zu krass. Hier ohne. Da in diesen Bereichen hat es halt überall so extrem gedröhnt. Und dieses Dröhnen habe ich einfach rausgenommen. Nach und nach, jede Frequenz, die mich gestört hat, habe ich einfach runtergezogen. Und zusammen mit der Hauptspur hört sich das einfach meiner Meinung nach sehr, sehr geil an. Bei den Adlibs habe ich dieselbe Einstellung genommen wie bei den Vocals. Nur, dass ich da viel mehr die Bässe weggenommen habe. Ich habe bis 250 Hertz alles abgeschnitten, damit die einfach dünner klingen wie die Hauptspur. Insgesamt hört sich das so an. Und alles hat seinen Platz. In der Strophe habe ich das genauso bearbeitet. Für die Vocals habe ich allerdings noch einzelne Effekte. Also so hört sich das komplett ohne den Effekten an. Dann gehe ich da hin und setze für jede einzelne Spur den Raum, Hall, Parallelkompression, Delay und die Stereoinformation. Ganz, ganz wichtig. Parallelkompression bedeutet folgendes. Man macht maximal Ratio und maximal Kompression rein. So, dass die Stimme einfach tot ist. Und so hört sich das an. Und wenn ihr das Ganze leise hinzumischt zu den Vocals, so hört sich das ohne Parallelkompression an, die ganze Stimme. Und mit. Wesentlich mehr Druck. Das wird wie von unten so eine Basis gebildet von der Stimme. Was habe ich als nächstes gemacht? Als nächstes habe ich der Stimme einen Raum gegeben, weil in der Booth ist alles tot. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe da alles abgedämmt und so weiter und so fort. Und das hört sich unnatürlich an. Und das ist einfach die Rauminformation. Also haben wir einmal eine Parallelkompression jetzt drauf. Wir haben einmal einen Raum auf der Stimme drauf. Kommen wir zu dem Hall. Wieso der Hall? Der Hall macht die Stimme extrem breit. Auch bei dem Room ein bisschen, aber nicht so viel. Aber bei dem Hall ist es halt extremer, wo es die Stimme breiter macht. Weil sobald es anfängt stereo zu werden, ist die Stimme nicht mehr so mittig, sondern die wird dann auf jeden Fall auf links und rechts gesetzt und hat so einen warmen Charakter danach. Ich nehme mal die anderen Effekte weg. Nur mit dem Hall. Ihr merkt selber, dass jetzt auf einmal die Stimme zwar weiter zurück sich anhört, aber dafür sehr, sehr warm und sehr, sehr groß. Und der Hall, der macht auf jeden Fall aus der Stimme eine extrem warme Geschichte. Mit Room und mit Parallelkompressionen. Ohne. So, der nächste Effekt. Einer meiner Favoriten, die ich für mich entdeckt habe. Ich habe das noch nie bei jemand anderem so gesehen, der das gemacht hat. Aus einem Mono-Vocals Stereo zu machen, braucht ihr ein Plug-in. Das hat in der Regel jede DAW von Haus aus. Bei Cubase auf jeden Fall. Mono to Stereo. Hat wie gesagt so gut wie jede DAW. Ich liebe allerdings diesen Ozone 8 Imager. Und zwar, dieses Plug-in ermöglicht es, aus einer Mono-Spur Stereo zu erstellen. Es gibt viele Plug-ins da draußen, die das ermöglichen. Aber dieses Plug-in meiner Meinung nach macht das wirklich sehr, sehr gut. Setze ich hier unten dieses Häkchen. Ja, jetzt haben wir zum einen aus Mono ein Stereo-Signal gemacht. Keine große Sache. Dann hatte ich das Problem gehabt, dass die Mono-Informationen, die auf dem Kanal mit drauf war, Phasenschweinereien gemacht hat. Und ich konnte nicht mehr so viel dazu mischen. Die Lösung dafür war, ich habe einfach Mono-Informationen von diesem Kanal komplett rausgenommen. Man nimmt einfach einen IQ, der in der Lage ist, Mono- und Stereo getrennt zu bearbeiten. Dieser Fab-Filter macht das hervorragend. Ich habe einfach einen Low-Cut gesetzt und einen High-Cut. Und nur im Mono. Da sieht man hier, dass ich einfach Mono ausgewählt habe. Hier genauso nur Mono. Und das habe ich dann komplett einfach weggenommen. So, ich mache das jetzt mal langsam weg. Und jetzt habe ich ausschließlich, wirklich ausschließlich nur Stereo auf dem Kanal. Das heißt, zu den gesamten Spuren, die ich habe, kann ich jetzt so viel Stereo reinfahren, wie ich brauche. Und ich könnte die Stereo-Informationen jetzt auch bearbeiten, was ich auch gemacht habe. Ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen was weggekattet. Hört sich das dann so an? Jetzt habe ich natürlich übertrieben und habe extrem viel Informationen links und rechts geschickt. Jetzt habt ihr Stereo-Informationen beim High. Ihr habt Stereo-Informationen vom Room. Und ihr habt extra noch Stereo-Informationen, die ihr dazu gebt, die links und rechts kommen, damit die Stimme sich größer anhört. Und das reicht vollkommen aus, um eine Stimme fett klingen zu lassen. Ich habe noch ein bisschen Delay mit draufgepackt. Das ist aber nicht mehr so nennenswert. Einfach Delay drauf. Ich arbeite da sehr gerne mit diesem Delay. Ganz leise unten drunter gemischt. Und das ist dann am Ende mein Vocal Chained. Es sieht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus am Anfang. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich für mich meinen Wirkflow gefunden habe, wie ich das am besten erstelle. Aber so ist es für mich am geilsten. Ich kann alles kontrollieren. Ich kann die Seiten kontrollieren. Ich kann die Mitten kontrollieren. Ich kann den Hall mehr, weniger und so weiter, ohne dass ich irgendwelche Schweinereien habe. Habe ich beim Hall Probleme, dann setze ich einfach ein IQ ein und nehme da die Frequenzen weg. Diese einzelnen Effektkanäle kann ich wirklich einzeln beeinflussen und überall da alles abändern. So, wie gehe ich weiter vor? Die ganzen Gruppenkanäle, also Vocals Gruppe, Strophe Gruppe und Adlibs Gruppe, genauso wie die ganzen Effekte, werden jetzt auf eine Gruppenspur geroutet und zwar Vocals Gesamt. Das heißt, wenn ich Vocals Gesamt mute, habe ich komplett die ganzen Vocals, alles, was da ist überhaupt, in dieser Gruppe drin. Und jetzt gehe ich hin und mache die Feinheiten. Aufgewachsenen Block, früher waren wir Täter. Zusammen singen, gelaufen, jeden, jeden Meter. Ich habe hier minimal erstmal Änderungen vorgenommen und dann mit einem zweiten Farbfilter, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, den zweiten zu nehmen, habe ich wesentlich drastischere Maßnahmen ergriffen. Wir hören uns das mal an, mit und ohne. Das ist mit. Aufgewachsenen Block, früher waren wir Täter. Zusammen singen, gelaufen, jeden, jeden Meter. Ohne. Aufgewachsenen Block, früher waren wir Täter. Zusammen singen, gelaufen. Sehr spitz und hat ein bisschen hier und da gepfiffen. Alles erstmal weggeschnitten, damit ich wirklich saubere Basis habe. Und aus dieser sauberen Basis bin ich dann hingegangen und habe diesen UAD Avalon draufgeschmissen. Meiner Meinung nach eines der saubersten EQs, die es überhaupt hat und genauso wie Kompressoren. Wirklich extrem clean und das gibt eine gewisse Wärme mit und den feiere ich sehr und der kommt bei mir immer drauf. Die Einstellungen sind natürlich immer unterschiedlich von Künstler zu Künstler, aber ich verwende den erstmal so für Gianni. Ein bisschen mehr Informationen gibt er mit in den Höhen, da hebt er ein bisschen wieder an, das was ich vorher weggeschnitten habe. Hier schneide ich fehlerhafte Frequenzen weg, aber gebe dann zum Schluss mit einem breiten Band wieder ein bisschen Höhen mehr mit. Das heißt, die fehlerhaften Frequenzen sind dann ausgelöscht, aber dafür sehr saubere und schöne Höhen werden mit angehoben. Genau wie mit dem nächsten Plugin und meiner Meinung nach eines der geilsten Plugins, die ich überhaupt erworben habe und zwar kommt das mit dem Bundle von Slee Digital mit. Einmal ohne. Aufgewachsen im Block, früher waren wir Täter. Mit. Zusammen singen gelaufen, jeden, jeden Meter. Die Stimme wird auf einmal hell irgendwie, aber nicht so, dass es überspitzt und Aua macht in den Ohren. Es macht die Stimme wirklich sehr warm. Die Stimme ist jetzt breit genug, sie ist starr genug, sie wurde sehr gut komprimiert schon im Vorfeld und jetzt kommen da die Höhen und öffnen die Stimme so ein bisschen mehr. Da es jetzt sehr viele S-Laute hat, habe ich natürlich noch einen D-Esser drauf geschmissen. Dieser D-Esser eignet sich meiner Meinung nach hervorragend, um einfach die S-Laute in den Griff zu bekommen. Habe ich direkt hier aus einem Preset ausgewählt und dann Mit. Bei S und bei F duckt das extrem runter und ihr habt gar nicht mehr diese Probleme, dass es zu spitz ist bei diesen S-Lauten und bei F. Hört nochmal genau hin. Aufgewachsen im Block, früher waren wir jetzt ist es mehr aufgeräumt. Zum Schluss kommt bei mir von Isotope dieser Neutron zum Einsatz, weil er so eine Art Multi-Band-Kompressor hat, aber als Equalizer. Das ist so in Dynamic EQ, klingt dann so. Aufgewachsen im Block, früher waren wir Täter. Zusammen singen, gelaufen, jeden, jeden Meter. Doch ich war gar nicht im Bude, ja, das merkt ich später. Denn du hast mich verraten. Jo, das war's auch schon. Hervorragend. Die Stimme klingt jetzt sehr nice, sehr sauber, sehr kraftvoll. Jetzt mache ich folgendes. Ich nehme jetzt diesen Mastering Beat und Vocals gesamt und schicke das Ganze an Kanal Mixing. Ich route das in eine Gruppenspur. Mixing benenne ich das auch so. Wie gehe ich als allererstes vor? Ich habe hier ein Plug-in von Brainworks. Einer meiner Lieblings-Plug-ins für Mixing oder für Mastering. Auf jeden Fall setze ich im Stereo ein bisschen mehr ein. Zwischen 120 und 130 Prozent. Dann mache ich die Monoinformation vom Bass bis zu 150 Hertz Mono. Wie soll ich euch erklären? Alles, was unter 150 Hertz und in Stereo kommt, lässt den Song auf jeden Fall unsauber wirken. Wenn ihr das dann auf großen Anlagen oder irgendwo anmacht, dann habt ihr extreme Probleme, wenn Stereo-Informationen bei unter 150 Hertz herrscht. Deswegen merkt euch einfach, Stereo-Informationen wird bei 150 Hertz abgeschnitten. Ich habe mir einzeln angehört, Monoinformationen, habe da geguckt, was sind die fehlerhaften Frequenzen und habe Stereo einzeln angehört und habe da geschaut, was sind da die fehlerhaften Frequenzen. Und habe dann festgestellt, dass es einfach bei beiden gleich war. Deswegen habe ich das Ganze dann im Link-Modus, also ich habe das gelinkt und habe dann einfach global über Mono und Stereo ein bisschen was bei den Bessen. Hier war das ein bisschen zu mumpfig, habe ich runtergedrückt und hier war das zu spitz, habe ich ebenfalls runtergedrückt. So, als nächstes habe ich hier ein FG-Stress. Feiere ich irgendwie bei diesem Fullmix-Glue. Er verbindet komplett alles irgendwie so ein bisschen. Das Ratio ist 2 zu 1. 1 bis 3 so Dezibel. Ich schalte immer hin und her, mit und ohne. Bis ohne. Und jetzt mit. Da kommt auf jeden Fall bei der Kick und bei dem Bass merkt man, dass da ein bisschen mehr Druck reinkommt. Also man darf auf jeden Fall nicht übertreiben. Man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man mit Kompressoren auf dem Mastering-Kanal arbeitet. Nochmal ein SSL, weil ich den so liebe. Er gibt den Charakter mit, Wärme, Druck, alles was du brauchst. So hört sich das ohne an. Und mit. Und mit. Das ist ja flach. Mit. Joa, was kommt als nächstes? Und zwar meine Geheimwaffe. UAD Helion Typ 69. Das ist eigentlich überhaupt kein IQ für den Master-Kanal. Aber wenn du hier einfach von Null das Ganze auf 60 Hertz schon alleine rüberstellst, schaut jetzt mal, was für einen krassen Effekt man dadurch hat. Einfach ein Biest, meiner Meinung nach, weil der untenrum bei 60 Hertz irgendwas Magisches macht. Er erstellt irgendwie Frequenzen, ich weiß auch nicht, dass es untenrum so kraftvoll klingt. Einfach unglaublich. So, dann kommt auf jeden Fall bei mir immer noch dieser Dangerous drauf. Ich cutte bei 24 Hertz alles weg und bei 98 Hertz wird leicht angehoben. Bei 7,1 Kilo Hertz wird dazu gegeben und bei 18 Kilo Hertz wird dann wieder gecuttet alles und hört sich dann so an. Ja, extrem, klar, extrem irgendwie kraftvoll jetzt auf einmal und untenrum auch sehr, sehr stark. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem wichtigsten Part vom Mastering. Wie schaffe ich es zu entscheiden, wann ein Mix und Master sich gut anhört oder nicht? Woher weiß ich, dass mein Mix mit den anderen Mixes von ganz großen Künstlern mithalten kann oder nicht? Die Antwort ist ganz klar. Zum einen müsst ihr einfach vergleichen. Bei Ozone von Isotope gibt es die Funktion Referenz. Da lade ich immer einen Song rein, der mir meiner Meinung nach extrem gefallen hat von meinen Masterings. Und das ist Maradona von Gianni, aber ein bisschen zu schwach untenrum. Aber ich weiß ganz genau, was ich da falsch gemacht habe. So, und dann vergleiche ich das Ganze einfach nur. Ich schalte hin und her. Ich sage mir, jetzt möchte ich hier anhören. Und so könnt ihr mit jeder Referenz arbeiten. Wenn ihr, sage ich mal, von AZ irgendetwas feiert, irgendeinen Song, wo ihr sagt, der Sound ist extrem krass. Könnt ihr auch zu den Amis gehen, da irgendwelche Songs nehmen, wo ihr sagt, dieser Sound, nicht der Song, sondern der Sound von diesem Song ist extrem krank. So Bass und Mitten und die Stimme und so weiter und so fort. Und diesen Song könnt ihr dann hier ganz leicht reinladen. Dann kannst du hin und her schalten von Referenzen. Du kannst mehrere Songs reinladen und dann kannst du hin und her schalten zwischen unterschiedlichen Songs. Joa, so viel zum Mastering. Ich werde zu einzelnen Themen höchstwahrscheinlich immer mal Tutorials raushauen. Oder anders gesagt, haut mir das doch mal bitte auch in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt zu dem einen oder anderen Thema, wo ich wirklich tiefer ins Detail gehen soll, wo ich wirklich von A bis Z alles erklären soll, meinetwegen sagt ihr Parallelkompression. Lasst uns mal damit beschäftigen. Okay, dann machen wir das. Sagen wir mal HAL. Dann werde ich wirklich explizit hingehen und mich ausschließlich mit dem HAL beschäftigen oder mit Stereo und so weiter und so fort. Was ist Mono? Was ist Stereo? Wozu das Ganze? Und so weiter. Lasst es mich wissen, was euch interessiert. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Es ist wirklich sehr viel, was noch auf euch zukommen wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.